Halten wir fest. Er twittert gestern Abend noch über das Ausgleichstor der Niederlande und kurz danach kollabiert er live während der Übertragung. Die herbeigerufenen Rettungskräfte können nicht mehr helfen. Laut Berichten sollen vor Ort Wiederbelebungsversuche gescheitert sein. Das alles ist jetzt keine 24 Stunden her. Grant Wall war einer der bekanntesten Sportreporter der USA. Unter anderem hatte er auch für die CBS gearbeitet. Grant habe paar Tage vorher ein Krankenhaus besucht. Die Ärzte hätten bei ihm eine Art Bronchitis diagnostiziert und entsprechende Medikamente verschrieben. Das schreibt der Stern. Ich habe noch nie von einem Fall gehört, wo ein Mensch wegen Bronchitis einfach so umkippt und nicht mehr aufsteht. Wenn ihr einen Fall kennt, lasst es mich wissen. Die Welt geht allerdings in eine komplett andere Richtung mit ihrer Berichterstattung und Theorie. Ja, fast schon eine Verschwörungstheorie. Grants Bruder sei homosexuell und daher habe sich Grant, wie der besseren Wissens, ein LGBTQ-T-Shirt angezogen. Davon gibt es sogar einen Twitter-Post von ihm. Hier der Tweet inklusive Bild. Er schreibt, ich zitiere, Welts wilde Verschwörungstheorie besagt, er sei deswegen in Katar verfolgt gewesen und hätte sogar Todesdrohungen erhalten. Und schon ist das Frame gesetzt. Die bösen Muselmänner, die katastrophale WM in Katar und nun ein toter US-Journalist. Passt perfekt, oder? Wenn nicht ein ganz kleines, aber nicht unwichtiges Detail fehlen würde, worüber die Medien komplett schweigen. Es braucht wirklich nicht viel. Eine kleine Google-Suche und man findet zwei sehr, sehr interessante Tweets von Grant Wall selbst. Den ersten postete er am 7. April 2021 und den zweiten am 21. Dezember 2021. Ich werde euch nun beide Posts zeigen. Ich werde allerdings weder den englischen Text noch die deutsche Übersetzung vorlesen. Ihr könnt euch sicher denken, warum. Allerdings werde ich für euch eine deutsche Übersetzung in den Untertiteln einblenden. Wieso verschleiern, verheimlichen und ignorieren die Medien dieses Detail? Nun, ich glaube wir alle wissen warum. Schreibt doch bitte eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Gebt mir ein Like und abonniert bitte den Kanal. Vielen Dank.